Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht's hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. In der kleinen Gemeinde Oak Level, etwa eine Stunde südlich der Stadt Roanoke im US-Bundesstaat Virginia, steht im Sommer 2002 ein Haus. In diesem Haus lebt die Familie Short, bestehend aus Vater Michael, Mutter Mary und der neun Jahre alten Tochter Jennifer. Eine ganz normale Familie, keine Streitereien, keine Skandale, keine Auffälligkeiten. Unauffällig und gesellig wie die meisten Einwohner des kleinen Städtchens Oak Level, das mit seinen zwei Tankstellen, seiner Handvoll Motels und seinen kleinen Geschäften eher eine Stadt ist, die man, wenn man einmal dort war, eigentlich schnell wieder vergisst. Doch niemand wird jemals vergessen können, was sich in der Nacht von 14. auf 15. August 2002 im Haus der Familie Short zugetragen hat. Nämlich ein unglaubliches Verbrechen, das bis heute ein großes Mysterium ist, weil niemand versteht, was eigentlich genau passiert ist und vor allem warum. Aber bevor wir zu den Ereignissen jenes Sommertages im August 2002 kommen, müssen wir uns zunächst einmal anschauen, wer die Shorts eigentlich gewesen sind und wie sie damals in ihrem Haus zusammengelebt haben. Michael Wayne Short wurde am 18. Februar 1952 in Virginia geboren. Bevor er seine zweite Frau Mary kennenlernte, war Michael schon einmal verheiratet. Mit seiner Ex-Frau bekam er drei Söhne, die im Jahr 2002 bereits erwachsen sind und mit denen er ein gutes Verhältnis hat. Ende der 80er Jahre lernt Michael dann auf einer Tagung seine zweite Frau Mary Frances Hall kennen. Mary stammt ebenfalls aus Virginia, wo sie im April 1952 als jüngstes von sieben Kindern in eine Großfamilie hineingeboren wurde. Mary und Michael verstehen sich auf Anhieb gut. Und trotz des altes Unterschiedes von 14 Jahren haben sie direkt ein Draht zueinander und viele Gemeinsamkeiten. Nach ihrem ersten Treffen verabreden sie sich wieder und es dauert nicht lange, da macht Michael ihr einen Antrag. Im Sommer 1991 findet die Hochzeit statt und nur zwei Jahre später, am 12. Juli 1993, kommt ihre gemeinsame Tochter Jennifer zur Welt. Nach der Geburt ihrer Tochter kaufen sich die Shorts dann ihr Haus in Oak Level an der 10820 Virginia Avenue und leben sich in der Gegend gut ein. Es ist der Beginn eines ruhigen und beschaulichen Lebens. Mary und Michael gelten als bedächtig, ruhiges, eng verbundenes, aber vor allen Dingen bodenständiges Paar. Ein guter Freund und Nachbar der beiden, ein Mann namens Ruby Amberson, erinnerte sich später, dass die Shorts eigentlich immer im Garten waren. Michael mäht den Rasen, Mary spielt mit der kleinen Jennifer im Sandkasten und am Wochenende wird meist der Grill angeworfen. Auch die Familie, vor allem die Großfamilie von Mary, ist regelmäßig zu Gast. Genauso aber auch die Söhne von Michael aus erster Ehe. Sie waren gute Menschen. Sehr nachbarschaftlich, hilfsbereit, unauffällig, eine ganz normale Familie. Sie kommen mit allen aus und alle anderen kommen auch mit ihnen aus. Niemand konnte sich später auch nur an eine einzige Entgleisung weder von Mary noch von Michael erinnern. Ganz im Gegenteil. Um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, haben Michael und Mary bereits kurz nach ihrer Heirat ihr eigenes Unternehmen gegründet. MS Mobile Home. Die Firma, ein Transportunternehmen für Wohnmobile, bei der Michael als Geschäftsführer fungiert, aber auch Mary voll integriert ist, läuft nach ihrer Gründung äußerst gut an. Und auch Tochter Jennifer entwickelt sich mit den Jahren zu einem fröhlichen, ausgeglichenen Mädchen. Im Jahr 2002 besucht sie die dritte Klasse der Frisbo Elementary High School, spielt leidenschaftlich gern Softball, hat viele Freunde und ist bei ihren Klassenkameraden äußerst beliebt. Mit anderen Worten, alles läuft sehr gut bei den Shorts. Kommen wir jetzt in den August 2002. In den vergangenen anderthalb Jahren hat sich zwar für Michael und Mary Short nichts grundlegend verändert. Sie sind immer noch glücklich verheiratet und führen auch nach wie vor noch ihr eigenes Geschäft. Doch genau mit ihrer Firma läuft es nicht mehr ganz so gut wie noch zu Beginn. Bereits Anfang der 2000er Jahre ist die Auftragslage doch immer weiter zurückgegangen und es lässt sich auch einfach nicht mehr so viel Geld mit dem Transport von Wohnmobilen verdienen. Bekannte und Freunde von Michael berichteten später, dass er in dieser Zeit, also im Sommer 2002, immer wieder erwähnt hat, dass er plane, mit seiner Familie nach South Carolina umzuziehen, um dort sein Geschäft an einem anderen Standort noch einmal neu aufzuziehen. Untermauert werden genau diese Aussagen, die Michael wohl gegenüber von Freunden und Bekannten in der Zeit vor dem 15. August gemacht hat, durch eine Frau namens Marlene Dalton. Die Immobilienmaklerin berichtet später, dass Michael sie aufgesucht hat, um sich über Häuser bzw. eben über Immobilien allgemein in South Carolina zu informieren. Man kann also davon ausgehen, dass die Familie Short tatsächlich geplant hat, in diesen Bundesstaat umzuziehen. Doch dazu sollte es ohnehin nicht mehr kommen. Der 14. August 2002 ist ein ganz normaler Tag für die Familie Short. Während die kleine Jennifer ihre Sommerferien genießt und diesen Tag gemeinsam mit ihrer Mutter Mary im Garten verbringt, ist Michael bei der Arbeit. Doch als dieser am frühen Nachmittag nach Hause kommt, dauert es nicht lange und er bekommt Besuch. Ein Angestellter von Mike und Mary, ein Mann namens Christopher Thompson, kommt zum Haus der Shorts, um mit Michael zu sprechen. Der Grund für diesen Besuch ist, weil für den nächsten Tag, also für den 15. August, eine Fahrt der beiden Männer nach Christiansburg geplant ist. Eine Stadt, nicht weit entfernt von Oak Level, wo die beiden ein Wohnmobil abholen wollen. Bevor sich Christopher Thompson dann eine Stunde später auf den Weg nach Hause macht und sich von seinem Chef Michael verabschiedet, vereinbaren die beiden noch, dass Christopher am nächsten Morgen, also am 15. August, gegen 9 Uhr wiederkommt, um Mike abzuholen, sodass die beiden dann zusammen nach Christiansburg fahren können. Christopher Thompson hat später gesagt, dass ihm an Michael Short an diesem Tag überhaupt nichts Auffälliges aufgefallen wäre. Mike wäre wie immer gewesen und die beiden hätten genau geplant, wie dieser 15. August und die Fahrt nach Christiansburg ablaufen soll und haben noch einige Details geklärt. Christopher Thompson konnte an diesem Tag freilich nicht ahnen, dass es das letzte Mal sein wird, dass er seinen Chef lebend sieht. Und er konnte noch viel weniger ahnen, dass er derjenige sein wird, der nur wenige Stunden später seine Leiche finden wird. Was sich jetzt, nachdem Christopher Thompson das Haus der Shorts verlassen hat, in den kommenden Stunden und auch in der folgenden Nacht dort genau abspielen wird, das weiß niemand. Allerdings konnte später noch sicher ermittelt werden, dass Michael, Mary und auch die kleine Jennifer das Haus an diesem Abend, kurz nachdem Christopher Thompson gefahren ist, noch einmal gemeinsam verlassen haben. Denn in einem Burger King Restaurant in Collinsville, ganz in der Nähe von Oak Level, wurde die Familie gesehen, als sie zu dritt an einem Tisch gesessen und miteinander gegessen haben. Es ist aber ebenso klar, dass sich alle drei dann nach dem Essen wieder auf den Weg nach Hause gemacht haben und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie sich dann bald schlafen gelegt haben müssen. Es ist der nächste Morgen, Mittwoch, 15. August 2002. Wie vereinbart, kommt Christopher Thompson um kurz vor neun am Haus der Shorts in der Virginia Avenue an und parkt seinen Wagen an der Straße. Später hat er gesagt, dass ihm direkt aufgefallen ist, dass das Garagentor offen war. Was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil es meist geschlossen gewesen ist. Doch Christopher ging davon aus, als er seinen Wagen abgestellt hat, dass Michael vielleicht in der Garage noch irgendetwas für die kommende Fahrt nach Christiansburg vorbereitet. Er steigt also aus seinem Wagen aus und geht zur offenen Garage. Zunächst kann er dort nichts sehen. Er ruft nach Michael, doch er bekommt keine Antwort, weswegen er dann in die Garage hineingeht. Dort sieht er Michael dann auch. Dieser liegt auf der Couch, die in der Garage steht. Er spricht Mike an, aber dieser rührt sich überhaupt nicht. Das sieht so aus, als würde er auf dieser Couch schlafen. Christopher geht näher an ihn heran und dann sieht er, dass Michael nicht schläft, sondern dass er gar nicht mehr atmet. Und als er noch näher an ihn herangeht, da sieht er dann auch das Blut. Jemand hat dem 50 Jahre alten Michael Short in den Kopf geschossen. Christopher Thompson steht jetzt so unter Schock, nachdem er das gesehen hat, dass er gar nicht auf den Gedanken gekommen ist, ins Haus zu laufen, um nach Mary und Jennifer zu sehen. Er geht rückwärts aus der Garage wieder raus, läuft zu seinem Wagen und ruft sofort die Polizei, die dann auch wenige Minuten später gemeinsam mit dem Notarzt am Haus in der Virginia Avenue ankommt. Und die Polizei verschafft sich, nachdem der Notarzt auch nur noch den Tod von Michael Short feststellen kann, einen Überblick. Und sie verschaffen sich natürlich sofort Zugang zum Haus. Als die vier Polizisten des Henry County Sheriff's Department jetzt sich im Inneren des Short Hauses umsehen, können sie zunächst nichts Außergewöhnliches feststellen. Alles ist sauber und wirkt ordentlich aufgeräumt. Alles ist an seinem Platz. Nichts weist darauf hin, dass in den letzten Stunden hier irgendetwas Außergewöhnliches passiert ist, dass ein Kampf stattgefunden haben könnte oder vielleicht auch ein Einbruch. Keine zerbrochenen Fensterscheiben, keine herumliegenden Gegenstände, keine aufgezogenen Schuhbläden. Alles wirkt gespenstisch normal. Doch als die Beamten dann das Schlafzimmer des Ehepaars betreten, finden sie die 36 Jahre alte Mary Short tot in ihrem Ehebett liegen. Auch ihr wurde in den Kopf geschossen. Bis auf die leere 2,22 Kaliber Patronenhülse, die auf dem Boden des Schlafzimmers direkt neben dem Bett von Michael und Mary gefunden wird, sieht es im Schlafzimmer ganz genauso aus wie auch im Rest des Hauses. Alles wirkt vollkommen normal. Abgesehen davon, dass jetzt auch Mary Short offensichtlich erschossen wurde. Es gibt weder in der Garage, wo Michael Short tot auf der Couch liegt, noch im Schlafzimmer, wo Mary Short jetzt tot in ihrem Bett gefunden worden ist, irgendein Anzeichen dafür, dass die beiden möglicherweise gewusst haben, was auf sie zukommt. Keine zerbühlten Laken, keine Spuren eines Kampfes, keine sichtbaren Abwehrverletzungen oder ähnliches. Das heißt, und davon geht die Polizei jetzt auch direkt zu diesem Zeitpunkt schon aus, dass beide erschossen worden sind, während sie geschlafen haben. Als wäre das jetzt nicht schon verstörend genug, wird in den kommenden 30 Minuten, in denen die Polizei das gesamte Haus, den Garten, das Grundstück und auch die nähere Umgebung absucht, klar, dass Jennifer Short nicht da ist. Sie ist verschwunden. Bis auf die Tatsache, dass Jennifer nicht im Haus ist und auch sonst nirgends zu finden ist, sieht es aber auch in ihrem Kinderzimmer nicht anders aus, als im Schlafzimmer ihrer Eltern oder in der Garage. Nicht der kleinste Blutstropfen ist irgendwo zu sehen. Alles ist zauber und ordentlich in ihrem Kinderzimmer. Nichts weist darauf hin, dass sie möglicherweise nachts dort von jemandem angegriffen worden oder sogar umgebracht worden ist und dass derjenige sie dann mitgenommen hat. Das einzig Auffällige, das Kissen der Neunjährigen liegt auf dem Boden in der Nähe ihrer Zimmertür und die Matratze ist leicht verschoben. Die Polizisten, die von Christopher Thompson zum Haus gerufen worden sind, fordern jetzt Verstärkung an und auch einen Detective, der weitere 30 Minuten später ebenfalls am Haus eintrifft und der sich jetzt versucht, ein Bild über die Lage zu machen. Es sieht so aus, als wäre Michael Short. Nachdem die Familie tags zuvor vom Essen bei Burger King wieder nach Hause kam, wie er es so oft getan hat, in die Garage ging, um dort auf seiner Couch, die er sich vor einigen Monaten dort hineingestellt hat, noch ein bisschen fern zu sehen, während Jennifer und ihre Mutter Mary sich jeweils in ihr Kinder- bzw. Schlafzimmer zurückgezogen haben. Die Gerichtsmedizin wird später feststellen, dass Michael und Mary Short irgendwann nach Mitternacht gestorben sind und dass man sie tatsächlich erschossen hat, als sie schon geschlafen haben. Was ebenfalls schnell klar ist, war, dass Mary in ihrem Schlafzimmer und auch Mike in der Garage aus kurzer Distanz mit einer kleinkalibrigen Waffe beschossen worden sind. Es gibt keine großen Blutspritzer oder Blutstropfen, die es aber geben müsste, wäre jemand aus größerer Distanz erschossen worden. Das heißt, es war, ja, man muss es so sagen, jeweils eine Exekution. Die Polizei geht jetzt in ihrer ersten Theorie vor Ort zunächst einmal davon aus, dass der oder die Täter Michael Short, der vermutlich in der Garage, während er auf seiner Couch Fernseh geschaut hat, eingeschlafen ist, zuerst erschossen haben, dann anschließend ins Haus gingen und Mary Short in ihrem Schlafzimmer mit einem Kopfschuss getötet haben. Die Tatsache, dass beide mit einer kleinkalibrigen Waffe erschossen worden sind, könnte auch der Grund sein, warum Mary den Schuss auf ihren Mann nicht gehört hat und davon wach geworden ist, weil diese Waffen, wenn sie abgefeuert werden, in der Regel nicht sehr laut sind. Außerdem lief auch noch die Klimaanlage im ganzen Haus, die schon etwas älter ist und ein lautes, brummendes Geräusch von sich gibt, was ebenfalls ein Grund sein könnte, warum Mary überhaupt nichts davon mitbekommen hat, dass in der Garage eine Waffe abgefeuert wurde. Anschließend, so die Theorie der Polizei, wären der oder die Täter dann ins Kinderzimmer gegangen und hätten, warum auch immer, Jennifer Short aus ihrem Bett heraus entführt und mitgenommen. Diese ganze Tat muss äußerst gut geplant gewesen sein. Dafür spricht auch die durchgeschnittene Telefonleitung, die die Ermittler jetzt auch vorfinden. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Es gibt ja im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Entweder Jennifer war das eigentliche Ziel und der oder die Täter haben ihre Eltern vorher erschossen, um das Kind dann quasi unauffällig aus dem Haus heraus entführen zu können. Oder aber Michael und Mary waren das eigentliche Ziel und Jennifer wurde nur aus dem Grund entführt und dann mitgenommen, weil sie vielleicht irgendetwas gesehen oder gehört hat, was sie nicht sehen oder hören sollte. So zum Beispiel, dass sie vielleicht den Schuss, der auf ihre Mutter abgegeben worden ist, doch gehört hat und davon wach geworden ist und die Täter dann eben gemerkt haben, dass Jennifer sie eventuell identifizieren könnte oder ähnliches und das der Grund für die Entführung war. Während die Spurensicherung in den kommenden Tagen insgesamt 66 Gegenstände aus dem Haus der Shorts ins forensische Labor bringen lässt, nebenbei noch im Haus nach fremder DNA oder Fingerabdrücken sucht und dann auch noch Luminol einsetzt, um eventuell kleine Blutspritzer sichtbar zu machen, stellt sich für die Ermittler eine der wichtigsten Fragen überhaupt in diesem Fall. Wo ist Jennifer? Sie könnte noch am Leben sein und es wird wirklich alles Menschenmögliche getan, um sie zu finden. Große Suchaktionen in der gesamten Gegend, die mithilfe von Freiwilligen zu Fuß, auf Pferderücken, mit Spürhunden und Hubschraubern in den kommenden zwei Wochen massiv ausgeweitet werden. Zeugen werden befragt, Suchplakate gedruckt und überall in den umliegenden Städten verteilt. Da das Haus der Shorts in Oak Level unmittelbar am Highway 222 liegt, werden auch auf der Strecke, an Raststätten, in Tankstellen, Supermärkten und Restaurants, die aus der Stadt hinausführen, Bilder von Jennifer aufgehängt. Außerdem nimmt die Polizei ein Motel, das dafür bekannt ist, vor allen Dingen viele Durchreisende zu beherbergen, noch einmal genau unter die Lupe und auch das Motel wird jetzt mit Spürhunden durchsucht. Genauso auch wie alle Gewässer in der Umgebung. Gefunden wird allerdings rein gar nichts. Keine Spur von Jennifer Short. Und auch die Forensik im Haus steht vor einem großen Rätsel. Entweder der oder die Täter waren absolute Vollprofis oder sie hatten unwahrscheinliches Glück. Denn abgesehen von den beiden Toten, Michael und Mary Short und der Patronenhülse, die im Schlafzimmer gefunden worden ist, findet sich keine einzige brauchbare Spur im gesamten Haus, im Garten, in der Garage und auf dem Grundstück, die die Polizei bei den Ermittlungen irgendwie weiterbringen könnte. Während die bisher fruchtlose Suche nach Jennifer Short noch einmal weiter massiv ausgeweitet wird, befragen die Ermittler jetzt Menschen, die die Familie gut kannten. Um dem oder den Tätern auf die Spur zu kommen, müssen sie hinter das Motiv für diese Tat kommen. Hatten Michael und Mary Short Schulden bei irgendjemandem? Oder hatten sie andersherum vielleicht jemandem Geld geliehen, der es jetzt nicht mehr zurückzahlen konnte oder wollte? War ihre gemeinsame Firma vielleicht doch in größeren finanziellen Schwierigkeiten, als es zunächst den Anschein hatte? Waren sie in irgendwelchen Drogengeschäften verwickelt? Hatten sie in den Wochen und Monaten vor ihrem Tod vielleicht irgendwelche seltsamen Briefe oder E-Mails erhalten? Hat ihnen irgendjemand gedroht? Hatte einer von ihnen vielleicht eine Affäre? Diese ganzen Fragen müssen jetzt geklärt werden. Und sie werden geklärt. Und um es kurz zu machen, nichts davon hat sich auch nur ansatzweise bestätigen lassen. Auch nicht das Gerücht, dass der Polizei nur wenige Tage nach dem Mord an Michael und Mary zu Ohren kommt, nämlich dass Michael gar nicht der leibliche Vater von Jennifer sei. Ich kann mir zwar gut vorstellen, dass die Geschichte des unbekannten leiblichen Vaters, der sich an Michael und Mary rächen wollte und dann seine kleine Tochter aus dem Haus entführt und mit sich genommen hat, für viele Menschen in so einer kleinen Stadt, die so ein unfassbares Verbrechen in ihrer Community hautnah mitbekommen haben, eine Art Selbstschutz darstellt, um sich nicht mit einem wahnsinnigen Täter, der vielleicht zurückkommt und in ein weiteres Haus einbrechen könnte, auseinandersetzen zu müssen. Doch Tatsache ist, dass an diesem direkt aufkommenden Gerücht nicht das Geringste dran ist. Die Polizei hat, kurz nachdem ihnen das auch schon zu Ohren gekommen ist, einen DNA-Test in Auftrag gegeben, der bestätigt hat, dass Michael Short der leibliche Vater von Jennifer Short ist. Und damit war dieses Gerücht ganz genauso schnell wieder verschwunden, wie es auch gekommen ist. Keine Drogen, keine Schulden, keine Affäre, keine seltsamen Stalker, keine Auseinandersetzungen oder Streitereien in der Vergangenheit mit irgendjemandem, keine finanziellen Schwierigkeiten, keine Spuren im Haus und auch leider nach wie vor keine Spur der neun Jahre alten Jennifer. Die Chance, das Mädchen Leben zu finden, sinkt immer weiter und als vier Wochen später es immer noch nach wie vor keinen Ansatzpunkt gibt, was mit Jennifer passiert sein könnte und wo sie ist, da schwindet auch bei der Polizei die Hoffnung, sie Leben zu finden immer mehr. Und leider sollte sich genau das auch bald bewahrheiten. Am 25. September 2002, vier Wochen nach dem Mord an Michael und Mary Short, findet ein Mann circa 35 Kilometer nördlich von Oak Level im Bezirk Rockingham County die sterblichen Überreste eines Kindes in einem Feld in der Nähe einer Brücke. Eine Woche später wird von der Gerichtsmedizin bestätigt, es handelt sich um die sterblichen Überreste der neun Jahre alten Jennifer Short. Genau wie ihre Eltern wurde auch sie mit einem einzelnen Schuss in den Kopf getötet. Ein Hinweis auf weitere Verletzungen oder auch auf Missbrauch gab es nicht, jedoch muss man sagen, dass die sterblichen Überreste von Jennifer schon so verwest gewesen sind und auch nicht vollständig in diesem Feld gefunden wurden, was wahrscheinlich daran liegt, so hat man später gesagt, dass Tiere sich an der Leiche vorher schon zu schaffen gemacht haben, dass man nicht abschließend ausschließen kann, ob Jennifer nicht doch missbraucht worden ist oder ob sie noch weitere Verletzungen hatte, die man dann eben nicht mehr feststellen konnte. Die Tatsache allerdings und das wird auch später von der Gerichtsmedizin bestätigt, dass Jennifers Körper, als man ihn fand, schon so verwest war, spricht dafür, dass sie ebenfalls, kurz nachdem sie aus dem Haus entführt worden ist, an dem Tag, als ihre Eltern starben, auch getötet wurde. Man muss sich also die Frage stellen, warum diese Entführung von Jennifer Short überhaupt stattgefunden hat, wenn man ohnehin vorhatte, sie ebenfalls umzubringen. Warum hat man sie nicht direkt im Haus erschossen? Warum diese Entführung, wenn sie doch sowieso später auf dieselbe Art und Weise sterben musste, wie auch ihre Eltern zuvor? 45 Tage nach ihrem Verschwinden wird Jennifer Short im Grab ihrer Eltern auf einem Friedhof in Virginia beigesetzt. Bis heute weiß niemand, warum sie sterben musste und auch nicht, warum ihre Eltern Michael und Mary erschossen worden sind. Und man weiß auch bis heute nicht, wer überhaupt dafür verantwortlich ist. Der erste Zeuge, mit dem die Polizei überhaupt gesprochen hat, nachdem sie Michael und Mary Short tot im Haus aufgefunden haben, war der Auffindungszeuge, Christopher Thompson. Der Angestellte von Michael und Mary, der, wir erinnern uns zurück, am Tag zuvor noch mit Michael gesprochen hat und der ihn ja auch an diesem Morgen, am Morgen des 15. August, wegen der Fahrt nach Christiansburg abholen wollte. Nach langen und intensiven Befragungen durch die Polizei wurde Christopher Thompson, der anfangs, weil er eben der Auffindungszeuge war, durchaus verdächtig gewesen ist, allerdings dann als Täter schnell ausgeschlossen. Er war von Anfang an vollumfänglich kooperativ und hat alle Fragen der Ermittler direkt beantwortet. Man konnte wohl auch sehen, das hat der Notarzt später bestätigt, dass Christopher Thompson absolut unter Schock stand, nachdem er Michael gefunden hat und abgesehen davon gab es keinerlei Indizien, geschweige denn Beweise oder irgendwelche Spuren, die darauf hingedeutet hätten, dass Christopher Thompson diese Tat begangen haben könnte, abgesehen davon fehlte ein Motiv. Einige Monate nach den Morden wurde ein Mann namens Garrison Bowman von der Polizei zu einer Person von Interesse in diesem Fall erklärt. Der Grund dafür war, weil sich der Vermieter von Garrison Bowman bei den Ermittlern gemeldet hat und einige sehr interessante Informationen für den für die Polizei bis dahin vollkommen unbekannten Mann gegeben hat. Der Vermieter hat den Ermittlern wohl erzählt, dass Gary Bowman sich nur wenige Wochen vor dem Mord an Michael und Mary Short bei ihm über einen Mann beschwert hat, der sein Wohnmobil hätte abtransportieren sollen, dies aber bisher nicht getan hat und dass Gary sehr wütend darüber sei, weil er diesen unbekannten Mann, dessen Name Gary den nicht genannt hat, bereits das Geld für den Abtransport des Wohnmobils gegeben hat. Und wir erinnern uns zurück, Michael Short hatte ja ein Unternehmen, das für den Transport von Wohnmobilen von A nach B verantwortlich ist. Der Vermieter erzählte den Ermittlern weiterhin, dass Gary wortwörtlich gesagt haben soll, dass er diesen Mann umbringen wird, wenn er jetzt nicht bald seinen Auftrag erfüllt. Weiterhin hat der Vermieter dann den Polizisten gesagt, dass er in Garys Wohnung, zu der er ja einen Schlüssel hatte als Vermieter, eine Landkarte gefunden hätte, auf der die Gegend rund um Oak Level eingekreist gewesen, also quasi markiert ist. Nicht etwa die Straße oder das Haus der Shorts, sondern die ungefähre Gegend. Gary Bowman wohnte nur drei Meilen von der Stelle entfernt, wo man Jennifer Short vier Wochen später tot in einem Feld aufgefunden hat und nachdem man sie fand, hat sich Gary Bowman nach Kanada abgesetzt. Ja, zugegeben, das klingt schon wirklich sehr seltsam und auch verdächtig für die Polizei von Oak Level, die jetzt nach den Aussagen des Vermieters von Gary Bowman unbedingt mit ihm sprechen wollen. Doch Gary ist, wie gesagt, inzwischen in Kanada. Trotzdem wird er den Ermittlern in den USA wieder übergeben, sozusagen, denn Gary hat, als er die Grenze nach Kanada überquert hat, nicht angegeben, dass er in den Vereinigten Staaten wegen Trunkenheit am Steuer vorbestraft ist. Das hätte er aber tun müssen und weil er es nicht getan hat, bekommen die Ermittler jetzt also ihre Chance, mit ihm zu sprechen. Gary wird nach Oak Level zurückgebracht und er bestreitet im Verhör mit den Ermittlern irgendetwas mit den Morden an der Familie Short zu tun zu haben. Er hätte Michael Short überhaupt nicht gekannt, er hätte den Namen vorher auch noch nie gehört und seine Reise nach Kanada hätte überhaupt nichts mit dem Fund von Jennifer Short oder allgemein mit diesen Morden zu tun gehabt. Es gäbe einen ganz anderen Grund für ihn, dass er nach Kanada gegangen ist. Außerdem gab es dann wohl im Anschluss auch nie einen handfesten Beweis dafür, dass diese Karte, die der Vermieter angeblich in Gary's Apartment gefunden hat und wo die Umgebung von Oak Level eingekreist war, überhaupt jemals existiert hat. Zumindest habe ich bei meiner Recherche nichts darüber gelesen, dass man diese Karte tatsächlich gefunden hat. Außerdem gab es auch sonst keine Indizien, Beweise oder Spuren, die irgendwie darauf hindeuten könnten, dass Gary Bowman hinter den Morden an den Shorts steckt. Die Ermittler haben dann wohl auch sein Apartment und auch nochmal sein Auto auf Spuren untersucht und nichts gefunden, weswegen dann auch fünf Jahre später im Jahr 2007 Gary Bowman offiziell von der Polizei nicht mehr als Person von Interesse oder als Verdächtiger geführt worden ist. Am Ende muss man sagen, dass man nicht weiß, ob Gary Bowman irgendetwas mit dem zu tun gehabt hat, was in der Nacht von 14. nach 15. August 2002 im Haus der Familie Short passiert ist. Es gab aber keine Beweise dafür, dass es so war. Im Jahr 2009, also sieben Jahre nach den Morden, das FBI ist in der Zwischenzeit auch zum Teil in die Ermittlungen involviert, da wird zum ersten Mal der Öffentlichkeit ein Phantombild eines Mannes zur Verfügung gestellt, der sich in der fraglichen Zeit, genauer gesagt am 14. August, also am Tag vor den Morden, in der Gegend um das Shorthaus herum aufgehalten haben soll. Warum es jetzt ganze sieben Jahre gedauert hat, bis so ein Phantombild überhaupt erstellt worden ist und dann jetzt auch eben der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, das kann ich euch an dieser Stelle leider nicht beantworten. Ich habe aber bei meiner Recherche gelesen, dass wohl einer der leitenden Ermittler in einem Interview gesagt hat, dass es einen guten Grund dafür geben würde, warum man dieses Phantombild erst jetzt überall zeigt, allerdings konnte oder wollte er auf diesen Grund nicht genauer eingehen. Aber zusätzlich zu dem Phantombild des unbekannten Mannes, das mit Hilfe von Zeugen erstellt worden ist, hat die Polizei dann auch noch eine Zeichnung des Trucks herausgegeben, in dem dieser Mann am 14. August gesessen haben soll. Dabei handelte es sich wohl um einen weißen Truck 1998er bis 2002er Bauart. Leider führte keines dieser beiden Bilder, weder das Bild des Mannes noch das Bild des Trucks dazu, dass die Polizei oder auch das FBI in der Aufklärung dieses Falles irgendwie weitergekommen wäre. Einige Jahre nach dem Tod von Michael, Mary und Jennifer Short wird ihr Haus an der Virginia Avenue verkauft. Der Käufer, der selbst nicht in der Gegend wohnt, hat das Haus erworben, um es irgendwann einmal vielleicht zu renovieren und sich als Feriendomizil herzurichten. Doch das hat er nie getan. Er hat nie in diesem Haus gewohnt und hat wohl auch keine größeren Renovierungsarbeiten daran vorgenommen. Ganz im Gegenteil, das Haus stand jahrelang leer und er hat es auch nie vermietet. Niemand hat jemals wieder in diesem Haus gewohnt nach dem Tod der Shorts und niemand wird in Zukunft darin wohnen. Denn am 20. Februar 2019, 16 Jahre nach dem Tod der Familie, steht das Haus in den frühen Morgenstunden bereits in Flammen, als die Feuerwehr von Oak Level dort ankommt. Das Haus wird bis auf die Grundmauer niederbrennen und weder die Feuerwehr noch die Polizei oder auch die Brandsachverständigen, die später hinzugezogen werden, konnten jemals anschließend klären, wie das Haus überhaupt in Flammen aufgehen konnte. Michael Shorts Schwester Caroline hat einige Wochen nach dem Brand einer örtlichen Zeitung in Oak Level ein Interview gegeben, in dem sie gesagt hat, wie kann dieses Haus einfach niederbrennen? Es gab keine elektrischen Geräte, seit Monaten keinen Strom dort, niemand lebte seit Jahren darin, es gab keinen Sturm oder andere Ursachen von außen, die man dafür verantwortlich machen könnte. Und kurz nach den Ermittlungen zu einer möglichen Brandursache, die man niemals fand, wurde alles, was noch übrig war, so schnell wie möglich weggeräumt, sodass wir wahrscheinlich nie herausfinden Tag sind die Morde an der Familie Short, genauso auch wie der Brand in ihrem Haus 16 Jahre nach ihrem Tod, ein einziges großes Rätsel, auf das sich fast niemand, auch ich persönlich ehrlich gesagt, keinen Reim machen kann. Ich glaube, um dahinter zu kommen, wer es war, müsste man herausfinden, was das Motiv für diese Tat gewesen ist. Das war ja auch der Ansatzpunkt der Polizei von Anfang an, das Motiv herauszufinden. Und da haben wir ja schon das ganz große Problem in diesem Fall. Und darum ist es auch wahrscheinlich für so viele Menschen bis heute ein einziges Rätsel. Das Motiv ist erstens vollkommen unbekannt bis heute und zweitens weiß man gar nicht genau, worum es dem oder den Tätern am Ende eigentlich gegangen ist. Da ein Einbruch mit der anschließenden Intention die Shorts auszurauben von der Polizei im Prinzip von Anfang an ausgeschlossen worden ist, da sämtliche Wertgegenstände Schmuck oder auch zum Beispiel 600 Dollar offen im Haus noch herumgelegen sind und auch nichts durchwühlt gewesen ist und auch absolut keine Einbruchsspuren gefunden werden konnten, muss man davon ausgehen, dass hinter diesen Morden ein persönliches Motiv steckt. Trotzdem bleibt am Ende die Frage, ging es bei dieser Tat um die Entführung der neunjährigen Jennifer? Oder ging es bei dieser Tat mehr um Michael und Mary und darum sie zu beseitigen? Ein Fall, der am Ende einfach nur unheimlich viele Fragen aufwirft, den ich aber, so grausam er auch ist, weil er eine ganze Familie ausgelöscht hat, aufgrund der Tatsache, wie er passiert ist, auch unheimlich interessant fand. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, diesen Fall hier auf meinem Kanal euch vorstellen zu wollen und so viele Details, wie es mir möglich ist, hier in dieses Video mit reinzupacken, dass ihr zumindest versuchen könnt, euch ein halbwegs gutes Bild davon zu zeichnen, was hier passiert ist. Zumindest das, was man weiß. Ich habe mich bei der Recherche zu diesem Video immer wieder an den Fall Dermond zurückerinnert gefühlt, den ich auch hier auf meinem Kanal vor etwas längerer Zeit gemacht habe. Mystery am Lake Oconee habe ich dieses Video genannt und dabei ging es auch um ein älteres Ehepaar, das in seinem Haus am Lake Oconee ermordet wurde und wo es bis heute auch wirklich mehr Fragen als Antworten gibt. Ähnlich ging es mir vom Gefühl her hier bei den Morden an der Familie Short, denn auch hier gibt es einfach mehr Fragen als Antworten, weswegen ich auch am Ende wirklich mir keinen Reim darauf machen kann, was hinter diesem unwahrscheinlichen Verbrechen an dieser Familie stecken könnte. Für mich ist auf jeden Fall am Ende auch klar, dass es sich um ein persönliches Motiv gehandelt hat, was ich noch nicht ganz zusammenkriege ist, auf wen es abgezielt hat, ob auf Jennifer oder auf ihre Eltern Mary und Michael. Ich bin einfach mal gespannt auf eure Einschätzung und Meinung dazu, weil ich am Ende wirklich noch ahnungslos bin. Oftmals dauert es bei mir auch länger, wenn ich einen Fall gemacht habe, um das Ganze ein wenig sacken zu lassen, um mir dann nochmal eine Meinung zu bilden, die habe ich aktuell noch nicht, umso neugieriger bin ich natürlich darauf, was ihr denkt. Also schreibt mir natürlich wie immer eure Meinung und eure Einschätzung zu all dem, was ich euch jetzt erzählt habe, unten in die Kommentare. Was glaubt ihr, ist in dieser Nacht in diesem Haus passiert? Was könnte das Motiv gewesen sein? Glaubt ihr, dass es irgendetwas mit Michael und Mary zu tun gehabt hat, vielleicht mit ihrer Firma, vielleicht war doch irgendetwas in ihrer Vergangenheit, was die Polizei nicht herausfinden konnte, was zwar sehr unwahrscheinlich ist, weil sie wirklich intensiv ermittelt haben und wahnsinnig viele Zeugen befragt haben, oder glaubt dass es doch eher etwas mit Jennifer Short zu tun haben könnte? Schreibt es mir bitte gerne unten in die Kommentare. Ja, meine Lieben, damit verabschiede Video wieder. Bis dahin, macht's gut.